Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Boah ey, ich bin ja sowas von verpeilt. Ich habe gerade Original vergessen auf Aufnahmestarten zu drücken. Das war ja mega knapp. Aber gut, ich habe den Turbostart nicht verpasst. Ey, naja, das war doch eine nette Begrüßung. Und jetzt bin ich auch ziemlich warm geworden. Sobald ich Gomba sehe, weiß ich sofort Bescheid. Okay, alles ist im grünen Bereich, denn ich befinde mich im Mario-Diversum. Und da sollte ich mich so einigermaßen mittlerweile gut auskennen, oder? Ja doch schon. Okay, Y. Willst du mich provozieren, oder was? Einfach wieder danken kannst du, dass du mich vorlässt. Thank you. Das war aber gar nicht die Absicht. Mies. Hä? Ich habe Schalgei getroffen. Gehen weit. Das wollte ich nicht. Oh mein Gott, ich bin Erster. Wie wunderschön. Ja, Aufnahme beenden steht da jetzt. Das bedeutet, ich bin am Aufnehmen. Gut. Das wäre ja mega low. Da steht original. Ne, da steht jetzt 5. Oh ne ey, ich war ja voll weg. Was soll das jetzt? Bin ich neunter. Äh? Was? Wieso bin ich jetzt zehntel? 1.0. So, jetzt geht es los. 1.1. Hä? Mir geht es gerade überhaupt nicht gut. Nope. Was geschieht hier? Warum bin ich Elfter? Hallo, das ist mein Part. Hallo. Das macht mich leicht aggressiv. What's bei Items, Mann? Kugel Willi. Komm jetzt. Jawoll. Tschüss. Boah, easy going. Easy going. Flieg, Kugel Willi. Flieg. Zieht durch. Zieht durch. Nein, nein. Ich gehe keinem. Boah, sehr schön. Sehr schön. Ich bin wieder am Start. Oder auch nicht. Doch. Das sieht gut aus gerade. Sehr schön. Mist. Immerhin ein Item. Oh, 7.8. Sag mal, was geht denn hier ab, ey? Sorry. Äh, was geht denn hier ab? Wir sind ja richtig krass unterwegs. Äh, komm schon. Komm, komm. Oh. Weiter. Komm jetzt. Jawoll. Oh, never ever. Ich wurde richtig übel erwischt. Komm schon. Sehr schön. Ich habe die... Nein. Never ever. Ich habe mich gerade so sehr darüber gefreut, dass ich die Sprungschanze erreicht habe. Oder zumindest ein wenig berührt habe. Und plötzlich kam mir so ein Gumbatom entgegen. Never ever. Ich wurde richtig zerstört. Destroyed. Richtig brutal, Mann. Jetzt bin ich sauer. Regenbogen Boulevard. Aber sowas von... I am mad right now. Erster. Elfter. Einmal sogar ganz kurz. Fünfter. Dann Sechster. Und dann... Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Letzter. Vorletzter. Oh, Mann, ey. Egal. Ich bin trotzdem immer noch motiviert. Hallo? Hallo? Wie sieht denn der Kollege da aus? Oh, zwei Leute sind dazu gekommen. Hallöchen. Okay, jetzt geht's los. Regenbogen Boulevard. Regenbogen Boulevard. Regenbogen Boulevard. Ich hab Bock auf die Map. Drei. Zwei. Eins. Zero. Mhm. Zwei Leute haben sich ebenfalls für Regenbogen Boulevard entschieden. Mega nice. Oh. Ätzend. Och, nee. Diese Strecke ist so nervig. Aber immer noch besser als Röhrenraserei. Denn nach Bowsers Festung. Ah. Mal schauen. Was passiert. Es ist eigentlich voll oft so, dass ich auf dieser Map voll ablose. Down so richtig. Down. Rückwärts sei so gelungen. Okay. Concentration. Mist. Das war's. Ja. Das war's. Weiter, weiter, weiter. Okay. X. Ah, das ist gerade zu früh. Pass auf, Mann. Ach. Pass auf, pass auf. Äh, sehr gut. Hab mich gerade irgendwie nicht getraut zu springen. Keine Ahnung warum. Jawohl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh nein. Nein. Oh, okay. Gut. Gut. Ich dachte, der rote Panzer wird mich erwischen. Wird der mich noch? Nein. Oh, da ist jemand. Mist. Oh nee, ey. Ich dachte, ich kann ihm den Weg blockieren. Warum auch immer. Stern. Feuerblume. Oh nee. Ich bin nicht die einzige Person. Mit der Feuerblume. Jetzt habe ich sie nicht mehr noch toll. Ey, aber im Moment sieht das ziemlich gut aus. Ich bin relativ zufrieden mit meiner Leistung hier auf dieser Strecke. Rückwärtsalto. Pardon. Laser strahlen. Schon wieder mache ich denselben Fehler. Das passiert mir so oft hier. Warum fahre ich am Dorn gegen die Wand? Ich mag Wände. Deswegen. Ich wusste immer schon, irgendwas ist nicht überhaupt noch nicht mehr. Ich habe kein Item bekommen. Ich habe mich selbst erwischt. Ich habe mich selbst erwischt. Ich bin ja mega skillig. Ich bin gerade voll sauer. Lass mich in Ruhe. Nein. Oh. Okay, das war es. Was war es mit diesem Part? Ich bin sowas von Meinter. Das ist ja widerlich. Was soll dieser Part eigentlich? Stern. Ein goldener Pilz. Ein grüner Panzer. Ich dachte schon, da kommt ein Fahrrad zurück. Warum auch immer. Okay, okay, okay. Weiter. Sehr schön. Jetzt Kugel-Willy. Nein, nicht da reinfahren. Ich vollidiot. Kugel-Willy. Sehr schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Achter. Oh, I'm sorry. Maybe not. But I'm sorry. Wie brutal. Ich habe mich denn noch erwischen lassen. Oh, das lag ja nicht an mir. Das lag an mir. Sie durch, sie durch, sie durch. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Sehr schön. Ich bin siebter. Kugel-Willy. Sag mal, wo kommst du denn her? Das kann ja noch heiter werden hier. Ich bin dritter. Ich habe den Stern. Sag mal, was geht denn hier gerade ab, da? Ich check den Port nicht. Ich check den Port nicht. Ich check den Port nicht. Ich bin dritter geworden. Ich bin original dritter geworden. Leute, danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat das Video sehr gefallen. Bis bald. So, jetzt sind die In nghirken dran. Ich bin dies? Ich bin einigesctional. Vielen Dank.